Der passende Stand für Ihre nächste Ausstellung? Oft ist der Standbau für Sie als Aussteller zeitraubend und arbeitsintensiv. Denken Sie nur an Messen, Sägen, Hämmern, Schrauben, Malern und all die anderen Arbeiten. Einen perfekten Messestand nach jedem Bedarf aufbauen, das geht jedoch auch viel einfacher und schnell. Und das so gut wie ohne Werkzeug. Mit dem einmaligen Magnetkoppelsystem von messestandidee.de Die Wände sind in verschiedenen Maßen bestellbar. Standardmäßig sind die Wandplatten an den Kanten mit sehr starken Magneten ausgestattet, wodurch sie ganz einfach und schnell miteinander verbunden werden können. Nahezu alle erdenklichen Formen und Maße sind hierdurch sehr einfach und ruckzuck realisierbar. Und das alles kann von einer Person allein erledigt werden. Auch halbrunde Wände gehören zum Programm, sodass der Stand auch in schönen fließenden Formen aufgebaut werden kann. Die Standard-Wandplatten sind vollflächig mit einem starken Basisfilzstoff beklebt, wodurch diverse Produkte einfach mittels Klettverbindung angebracht werden können. Fotoleinwände, Logos, Paneele, ja sogar Regalböden für Bücher sind kein Problem. Die spezielle Klettverbindung ist so stark, dass sie mit Leichtigkeit einen großen Bildschirm tragen kann. Wenn Sie also eine praktische und schnelle Lösung für Ihre Messepräsentation oder Ausstellung suchen, messestandidee.de Die flexible und professionelle Lösung für jede Ausstellung, Messe und Ladenpräsentation.